So der Max öffnet jetzt ein Paket aus seiner Fanpost das angeblich unfassbar stinken soll und er wird sich jetzt trauen. Es lüftet seit ungefähr zweieinhalb Tagen aus. Es hat so krass gestunken, ich konnte es nicht während des Videos öffnen. Ich habe es einfach rausgeschmissen, weil ich nicht wusste, dass ich es machen soll. Alter was ist denn... Oh, Alter! Das stinkt! Das ist scheiße! Lass mich die scheiß Tür zu, Alter! Hier filmen Sie in Ruhe, aber lass die Tür zu! Oh, Junge! Das ist echt... Da kam gerade ein Übel so scheiße gestankt. Was ist denn das? Verdammt doch mal! Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst mich nicht filmen. Wenn du den Blitz an hast, währenddessen ich Auto fahre, weil sonst könnte ich einen Unfall bauen, weil ich ja von rechts massiv geblendet werde. Ich esse mich selber. Guten Appetit! So, mit voller Professionalität werden wir hier Musik wieder drehen. Es handelt sich um das Coronavirus. Allerdank gebührt diesem Mann der Zeit. Ah, sorry, Junge! 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 Sehne wird hier im Keller gedreht. Das ist der gute Schenderkeller und das ist hier mein Vorrat. Hier schaut er dann in den Trembau. Miese Zeit. Das Musikvideo ist jetzt fertig. Der Keller ist jetzt voller Corona und in meinem Keller stinkt es einfach massiv nach Corona. Wir sind jetzt hier bei der Songaufnahme und der Max hat sich schon geschnitten. Ich habe keine Ahnung warum und wo. Wie geht es dir so? Ich bereite mich geistig auf meinen Einsatz vor. Bezüglich des Tracks. Ich muss noch mal sagen, den Song den du rausgebracht hast, der war wirklich schön und der ging mir richtig unter die Eier. Hm. Ja, danke schön. Es ist übrigens so eine Socke, weil ich die andere voll gewichst habe. Naja, solange du die noch nie acht Tage getragen hast, interessiert mich eigentlich ein Scheiß-Trick. Ja, es ist vielleicht nicht schlecht, aber, also ich meine jetzt mal zu zeigen, dass auf dem Balkon, was immer noch dort liegt... Ach so? Es ist eine Woche her. Ah Junge, ja stimmt, oi. Das gibt's doch nie. Brühe, 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 ich will Bier. Du hast einen Kasten, gib mir vier. Ob Wuhan oder Mexiko, ich sauf mit dem in Fotzriko. Junge. Ich weiß ja nie, wie das klingt. Also ihr kennt ja die 103 Boys. Ja. Oh Mann. Ja, ich recode auch gerne eure Songs für 2,50 Euro die Stunde. Brühe, 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 ich will Bier. Du hast einen Kasten, gib mir vier. Ob Wuhan oder Mexiko, ich sauf mit dem in Fotzriko. Junge, Junge. Es hilft nur eins gegen die Pandemie. Wir geben uns alle demäten Vieh. Es hilft nur... MAAANN! Junge. Das ist das kranke Corona-Schwein. Junge. 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 Jennifer. Ja, sorry. Das war's für heute.